Leute! Sorry! Ich komme ja genau richtig, der Film geht gerade los. Der Film geht gerade los? Bin ich zu spät? Nein, ne? Sorry, ich habe gerade meine Freundin, meine Freundin, ich habe gerade gedacht, dass superrandom, dass sie Fieber hat. Weil sie war ultra warm. Ich sage, nein, wir müssen Fieber müssen, jetzt muss ich kurz warm. Auf geht's! 20. Juni. this past weekend i had the opportunity to attend a rally for Tyrak which was open to all his supporters what an amazing and wholesome event it was with non Alcoholic refreshments and enter therapy for the whole family. Thank you, Mistur President for such a wonderful event. Our nation is blessed to have you at the helm, and here's to hoping for at least ten more years with you. Okay, GNN ist halt voll Dings dann, ne? Wieso? Wie? 113%? Oh! Warte mal. Ist das jetzt ein Charakter, den ich wählen kann und mit dem ich dann spiele? Seit 15 Tagen, seit 20 Tagen, seit 19 Tagen vermisst. Dicker, 10 Dollar, 2 und 1 Dollar? Von der Grenze ein Auto stehlen, ein Auto stehlen, die Straßen entlang gehen. Bro, ich will auf jeden Fall ein Auto stehlen. 14, 16, 15. Wir nehmen die Mitte. 2 Dollar. 2 Dollar, 16 Jahre alt, aber ein Auto stehlen. Ich bin ready for the adventure. We count on your support. Oh, alright. Wir spielen jetzt den nächsten Charakter. Oh mein Gott, wie cool. Also spielen wir mehrmals dieselbe Strecke und treffen dabei dieselben Leute immer und immer wieder. Interesting. Goldfinger. Gold. Oh mein Gott. Wir lernen die ganzen Charaktere jetzt aus einer anderen Perspektive kennen. Gringo bist du's. Ich muss auch dran denken. Goldfinger. Oh, oh. Ein Lufterfrischer fürs Auto von Petria Motors, dem einzigartigen Autohersteller in Petria. Der Rucksack, voll mit... Ja, ich kann dir gerne eine Frage stellen. Hast du irgendwelche Tipps, die man auf der Straße überlebt? Ja. Be careful with what you eat. Try to avoid rotting food. Oh. But, you know, Beyers can't always be choosers and all that. Ergibt Sinn. Verdammtes Essen kann eine Revolution auslösen. Also, to be honest, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wenn ich bei... Also, ich weiß nicht. Floris oder Tyrek. Also, Floris ist ja für offene Grenze, glaube ich. Oder? Also, warte mal. Floris ist doch Rebellion und Tyrek... Nee. Tyrek ist ein Diktator, basically. Ja, wir probieren mal. Wir versuchen mal ein bisschen da was einzustreuen. True, true. Oh, interessant. Now, let me get back to this Beta. Ich habe am Anfang erst gedacht, dass wir jetzt zum Beispiel aus der Perspektive von Alex oder so spielen. Aber das stimmt nicht. Es geht jetzt darum, die Leute noch mehr kennenzulernen. Das finde ich so cool. Richtig, richtig cool. Und wir haben ein freaking Auto. Ein Auto einfach. Wow. Das ging schnell. Du könntest die Laptops nennen. Du könntest eine Firma gründen. Ja, nein. Hat keine Perspektive, Bro. Kannst du alles mit dem Computer machen? Du kannst dich nicht mit Computern unterhalten. Yo. Nintendo, Bro. Du weißt schon, dass... Bei kleinen Computern denkst du als erstes an Nintendo. Ja, komm, lass zocken. Wir fahren rechts ran und dann können wir uns... Können wir zocken. Digga, das ist wieder Bella Ciao, ne? Achso, lol. Digga, was für Alex nimmt die Gloves ab? Alex ist ein bisschen Trash. Ja, abprallende Kugeln. Bip, bip, bip. Vorstellung von manchen Zuschauern, wie man eine Change fixt. Bro, wie OP. Hä? Füge im... Ja, cool, die verschwinden. Fühlt's OP. Ja, aber hey, jetzt geht's doch gar nicht. Nee, geht noch besser. Lass uns spielen. Ah, man muss erste Munition eins, aber dann kann man schießen. Egal. Bro, das prallt doch nichts ab? Ähm. Oh mein Gott. Nee, ist doch nicht so geil. Nein, niemals, Bro. Ja, Bro, das wär krass, ne? Aber ich muss dich an der Stelle erstmal unterbrechen, Bro. Niemals. Ist dir deine Eltern alles beigebracht? Und wir wissen, er hat Probleme mit seiner Mutter, mit seiner Ex-Mum. Sag es. Sag es! Alex, was verschweigst du mir? Hab ich was Falsches gesagt? Fuck. Ist mir leid, Bro. Das tut mir wirklich leid, Alex. Oh. Ein Bild von einem Mann und einer Frau, aufgenommen am 9. September 1986, dem Tag des Anschlags. Alex glaubt, dass es seine leiblichen Eltern sind. Ist ja bestimmt nett. Ja. In a way. I guess my bio-parents did teach me about computers. Thanks, homegirl. Guess I needed to talk and didn't know it. Das macht dann 20 Dollar. So auf kleinen Joke? Warum nicht? 20 bucks. That's deep. Gerne. And that's why I'm on the road. They're probably gone. You know, buried underneath the rocks. But I want to find out as much about them as I can. Thanks, homegirl. You can drop me off at the next location. Boah, das wäre krass. Also man muss, wenn man diese Frage hätte stellen müssen. Your fuel is low. You're gonna run out of gas fast. Dann hätte man irgendwie noch viel aggressiver sein müssen, ne? Das wäre nicht mal mein Auto. I know that. Think I'm blind? Now, crank some music. We best ride in style. Ja, man. Haha, yeah. Warum homegirl? Weil wir jetzt anscheinend ein weiblicher Charakter sind. Wir sind jetzt ein anderer Charakter. Wir sind ein anderes vermischtes, äh, ja. Teenager. Okay. Junge, oha. Oha. Wir ziehen ja komplett durch. Ich dachte, der Tank war leer. Tja, maybe waren wir jetzt tanken. I guess das ist aber unser... Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Bro, er schon wieder. Music goes well with the road. It's like the perfect compliment to being on a road trip. Thanks, bro. Aber I don't know, ob ich deine Kassetten kaufen möchte. Ja, und jetzt haben wir erstmal wieder die Möglichkeit, uns hier an diesem cozy Spot ein bisschen... ...es gemütlich zu machen. Ein bisschen zu erkunden und stuff. Bei Palvers Bar. Können wir leider nicht knacken. Boah, wir brauchen halt echt eigentlich beides, ne? 30% Chance. Come on, let's try it. Ja! Thanks. Seltene Sachen in Road 96. Mal drei Bucks, bro. Okay, wir könnten im Notfall telefonieren. Zuhause anrufen. Mal zuhause müssen wir eigentlich, um ein bisschen was herauszufinden über uns selber, oder? Ey, lass mich nicht hängen. Ist es sicher zu reden? Oh. Äh. War worth. War worth. Oh. Bewässerungsdino. Oh. Okay, wir haben die ganzen... Die ganzen Tapes. Ja, ich bin, by the way, bei solchen Spielen immer jemand, der alles absuchen muss. Weil es könnte sein, dass hier vielleicht irgendwo was liegt, was uns später viel bringen kann. Wie zum Beispiel eine... ... ... ... ... ... ... Jetzt wissen wir, dass du eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Vater hast. Aber anscheinend nicht zu deiner Mutter. Wir wissen sogar noch mehr. Denn... ... ... ... ... ... ... ... Wenn ich in den Feuerpennen gehen soll? Tobi, danke dir für 29 Monate. Leute, da ist kein Gewinnspiel, wo du 1000 Dollar gewinnen kannst. Was du da machen kannst, ist, wenn du Informationen hast gegenüber die Brigade, dann kannst du da anrufen. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Aber, Armin. Ach so. Ich habe gewonnen? Boom, Junge. Bro, ich habe so dumm den Dollar. Habe ich so versemmelt. Scheiße. Kein Bock. Hi. Oh, ich bin ja einer von den Versuch... Oh. Ich werde ja auch wahrscheinlich jetzt gesucht, ne? Bro, ich will die Mucke eigentlich nicht mehr hören von dem Spiel, ne? Hallo, ähm... Nö. Oh, wir sind Barkeeper. Okay, kid. Okay, kid. The key to bartending is never losing your cool. You'll be in the kitchen scrubbing dishes. The dishwasher didn't show either. The world is full of degenerates. Hola. Äh, was wollten sie ihn haben? Doch, habe ich. Einen Generic Jizzle, normal. Hola. Alles klar, kommt sofort, mein bester. Äh, TLR. T-L-R. Like I said, a T-L-R. One Heartline Refreshment, please. A glass of general Google. Did you forget my T-L-R? I guess you've never made a Heartline Refreshment before, have you? Ähm. Thanks. I want the T-L-R now. Ja, ja, kommt sofort. Schwarze, warte mal. Ananas, Bazooka? Bazooka. I want the T-L-R now. One Heartline Refreshment, please. I want the T-L-R now. I guess you... Thanks. Rechts neben der Bar, wo? Go Swallow. I want the T-L-R now. Yes, kommt sofort, der Herr. Hallo. Hey, Leute, ganz kurz habt ihr gerade gesehen, welche, ähm, böse sind. Oho. Treuer Bürger. Jared on the street. God Swallow, Mother Lord Spirit. Wo kann ich mixen? Mother Lord Spirit. Hardened Refreshment. Ja, wir haben hier einmal den Sunderdrink. Hallo. Vielen lieben Dank, das nehme ich gerne. Klar. Was'n Abend. Beunderückt dich etwas? Er ist ja der Vater, ne? Oh, Lola. Ja, so ist das. Deine Kunden sind wirklich wilde Tiere. Jared, I didn't see you there. Kid, uh, you should go. It's, uh, getting late. Kid, your Burger. Another round, Jared? Ja. Last round, Joe. Boah, Burger. Was ist ihre Meinung zur Polizei? You don't want to get tired on the road. That's when they, the cops, I mean, find you. So I smoke. I smoke a lot. Ah. Vielleicht will Flores weniger Polizei. Ja, mal so'n bisschen schneller. Die Entscheidung hat Auswirkungen. Aber vielleicht will sie ja, ne? So, was ja nie. Ich muss mal auf die Toilette. Schloss knacken. Oh mein Gott, wir könnten hier alles mitnehmen. Ja, es gibt irgendwie nicht mehr so viel zu machen. Aber ich würde ganz gern irgendwie noch... Ich hab irgendwie das Gefühl, als wenn hier noch mehr zu machen ist. Hm. Die dummen Rubbellose. Leute, ich werd keinen Rubbel losmachen, oder? Das Ding ist, wenn ich draußen penne... Ja, ich hab halt keine Schlüssel, ne? Boah, meinte ich, ich sollte nochmal für einen Zehner lieber Essen kaufen, damit wir mehr Energy haben. Ich glaube, dass das schlau ist. Wir könnten aber auch hier draußen pennen. Aber to be honest, weiß ich nicht, ob das schlau ist. Aber ich meine, was soll schon passieren? Martin, danke für sieben Monate. Kexi, danke für 42 Monate. So können wir auch am Tag weiter travelen. I mean, not bad, oder? Oh. Ähm, aber merkt euch mal die Info mit dem Getränk. Habt ihr noch die Namen der Getränke, die wir uns merken sollten? Können wir wieder mit dir quatschen? Nee, ne? Ist jetzt vielleicht was auf dem Klo? Die schwarze Garde. Ja, irgendwie so. Naja, I guess wir sind dann hier. Ich würde trotzdem noch was zu essen kaufen. Ich kaufe wirklich... Leute, ich mach das. Hallo? Ich glaube, das ist schon nicht verkehrt. Okay, Leute. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können trampen. Wir können... Uns ein Taxi rufen. Das sollten wir, glaube ich, nicht machen. Deswegen trampen wir einfach, I guess. Alright, weiter geht's. Geh nochmal zu dem Blumen, die du gegossen hast. Oh mein Gott. Guter Call. Vergessen. Ach, wird schon nichts gewesen sein. Jared 12 Prozent. Aber wir wissen schon viel über ihn. Vor allem über Lola. Oh. Da ist Zoe. Zoe. Bis zum nächsten Mal. Level gleich Border? Ha, ist das hier Vorspiel? Kommt. Ähm, ich habe gerade unterm Sitz geguckt. Klar. So ein bisschen aufheimlich, ne? Ah, ich denke schon. Auf keinen Fall. Ja. Oh, oh. Ich habe mal gegen meine Oma... Oh mein! Oh mein Gott! Du solltest wissen, dass ich schon gegen die verschiedensten Streamer auf Twitch viel Gewinn gespielt habe. Bro, es wird alles jetzt rauskommen. Ich habe mal gegen meine Oma verloren. Ich bin ein durchschnittlicher Spieler. Tut mir leid. Ich bin ziemlich krass. I like that. Und Challenge. Weiß ich auch, wie man schreibt. I'm always middle guy. Nice try. Build-up game. Oh, Basic Moves von dir, hm? Ich kann dir sagen, ich habe in sechs Zügen gewonnen. Wusstest du das? Hm. Wenn nicht, GG. Bro, fast verloren. Shit. Ah, der Bot ist krass eingestellt. Ja, dadurch hat sie mir jetzt meine Zwickmüte richtig zerstört. I don't like that. Ja, ich werde geschittet. Ich mache da, sie macht dort, dann drauf. Ja, hier hat sie mir leider mal in eine Linie gebrochen. Scheiße. Ja. Guter Track. Ja, danke dir. Bin nicht mad. So. Ja, ich guck mal ein bisschen aus dem Fenster. Das weiß ich ja schon sogar. Ja, Mann. Mehr Informationen. Privatschule. Vater denkt, dass sie es gut hat. Sind die Dinge kompliziert mit deinem Vater? Ja. Du kannst das sagen. Hm. Schau. Ich werde dir etwas erzählen, okay? Ja. Vielleicht nicht, aber ich fühle mich, dass ich dich vertraue. Mein Vater ist der Minister der Öl. Ich glaube dir nicht. Du solltest. Ich kann nicht ein normales Leben haben. Ich kann nicht wirklich ein Leben, period. Wow. Ich verstehe. Danke. Oh. Ich fühle mich besser jetzt, dass ich jemandem gesagt habe. Kannst du zurück zu mir denken, wie du es vorher gemacht hast? Als dieses exquisites Mensch, den du Glück hast, mit dem Oxygen mit? Danke. Hm, hm. Hey, Kinder. Oh, oh. Good luck. Kann ich dir etwas fragen? Ich fragte mich, würdest du sagen, dass du politisch bist? Äh, nein. Nicht wirklich. Was für dich? Nein, nein, nein. Will ich nicht. Aber du verlässt, weil Petria Probleme hat. Und bitte nicht, dass du bist. Haha, Jeff. Ein Untercoveragent. Was? Ich könnte ein Untercoveragent sein. Anyway. Weil du verlässt, du zwei sind politisch. At least according zu mir. Okay, cool. Na und? Also, seit du bist... Jeff! almost done. Was werden wir tun, um dieses Ort zu ändern? Ich glaube, das sind Tyrek Anhänger. Aber ich weiß nicht, was das für eine Auswirkung hat, wenn ich ihm jetzt einfach zustimme. Ich weiß nicht. Oh. Ja. Vielleicht nichts kann man jetzt tun. Es ist so depressiv. Was sicherlich ist, dass es die Kinder, die passieren wird. Wenn es überhaupt passiert. Endlich, dass wir auf etwas stimmt. Ich bin froh, dass du das sagst. Oh. 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 Soll ich sein stil? No, Sir, just giving them a ride. Wie geht's denn so? Ist doch alles top eigentlich, ist halt ein bisschen dunkel, bin müde. Oh mein Gott, das höre ich öfter. Ja, nur kleine Doni. Einfach mal eine kleine Subbombe, muss man mal sagen. Könnte man ja vielleicht mal in Erwägung ziehen. Ähm, wobei, to be honest, Zoe, ganz ehrlich. Oh come on, this turd in a uniform isn't gonna do anything. That's it, you're coming with me. What have you done, Zoe? Ah, don't touch me, pig. What do we do? I don't know. I don't know. Stay in the car, girl. Do what he says. Wir müssen Zoe helfen, sofort. Okay, das lief echt nicht gut. Fuck. Sorry. Nicht gut, Leute. Zoe wurde verhaftet, aber wir werden sie schon irgendwie noch rausbekommen. Aber wir haben mehr über sie herausgefunden. Wesentlich mehr. Sie hat einen einflussreichen Vater. Und uns geht nichts, oh oh, uns geht's gar nicht gut. Egal, Leute. Ey. Come back stronger. Wir kriegen's hin. Video killed the radio star. Oh oh. The radio star? Ich sag's dir aber ehrlich. Klar, jetzt nicht so geil mit Zoe und so weiter, aber ich glaube, das war jetzt nicht das letzte... Also, wir werden sie nochmal wiedersehen. Real talk, oder? Oh. Gegendemonstranten. Oh. Yeah. Skippy-Di-Doo. Ah. Mein... Mein Album kommt im Juni. Ah. Mike-Jack, Mike-Jack, mein Album kommt im Juni. Zock Fußball mit Wayne Rooney. Oh. Oh. Homecall. Oh. Okay. We all know the plan, right? Yes. Totally. Let's do this. Uh. Guys. Is it me? Where is that kid over there listening to us? Oh no. Nothing to see here, kid. Let's get up. Hey. Get lost, kid. Uh. Sorry. Nothing to see here, kid. Where is he, Sonya? It's almost time. Well, I don't know. Maybe. Maybe. Maybe I insulted him one time too many. Look. Find someone to film this. And now. You know how important this is to it. Where am I gonna find a loser to find? Hello. You there. It's your lucky day. Sonya has a job for you. Perfect. Then you're my new camera operator. Now get behind the camera. Time to make some effing magic. Yes. Machen wir sofort. Ich muss ganz kurz mal den Spot hier absuchen. Hallo. Hallo. Hallo, Sonya. Hast du für mein Cash jeden Tag? Fuck. This is just a little puff piece on the pump, Cuddle Muffin. Nothing to it. We had a second if you wanted to like to talk to me. I'd get my take on something important. I have a question. Teen's trying to cross. Is our bread and butter at GNM? Wow. I've even heard about kids crossing the about national. Can you imagine? I kid you not. Okay, let's go. We'll start with the intro. Oh, this is good. With the billboard behind me? How do I look? Oh, wait. Hello. Yeah. Just like that. Three, two. Oh, goddamn. Where was I? Three, two, one. Sonya. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sorry. Das ist der Vater von Zoe. Okay. Ich krieg grad besser ein viel Geld. Eine Kassette. Oh, Fähigkeit. Du fühlst dich unschlagbar. Alle Würfelwahrscheinlichkeiten sind um 15% erhöht. Geil. Das ist der Manipulation, oder? Okay. Das ist der Vater von Zoe, Leute. Das ist der Vater von Zoe, Leute. Das ist der Vater von Zoe. Hallo, gute Bürgerinnen. Wir sind hier, um das Eröffnung dieses Pumpen zu feiern. Don't forget to take some close-ups. Und was ein schönes und starker Pumpen es ist. Wie unsere Nation. Wie unser Präsident. Wie unser Präsident. Speaking of our Präsident. Lass uns ihm die Apprecieation zeigen. Nice one, Dumplin. Floris. Floris. Floris glaubst du, wir sollten abandadden fossil fuels and take away your jobs. What do you? The hardworking people of Petria. Think of Lupe Flores. Kann doch mal jubeln. Why do you eat with my career, Dumplin? There's been a lot of talk about Brigade uprising. But am I worried? No. I've even let my teen daughter embark on a road trip. President Tyrak will keep our nation safe. Praise. President Tyrak. Sie ist im Knast, Bro. Ja, wir müssen Säure retten. Alles drauf, ich hab alles drauf. Ja, zack, mein Job erledigt. Ja. Ja. Ey, vielleicht hätten wir sogar noch mehr Geld bekommen können, aber Real Talk, okay, plus haben wir noch gefilmt für die Polizei, ne? Danke. Well, I do believe it's time to go, Sweet Cakes, Adam, let's roll! So, gibt's hier noch ein bisschen was zu holen? Natürlich, einen Burr, oh ne, essen wir nicht, wir essen nichts verdorbenes. Real Talk, davor wurde gewarnt. Erst mal die Ölpumpe sabotieren, könnte man halt wirklich, ne? Wir könnten auch zu Fuß, ich sag euch ehrlich, aber zu Fuß fühlt sich nicht so gut an, ich würde wirklich weiter trampen. Und Taxi, Real Talk, schlechtes Gefühl dabei. Okay, hier wird nichts sein. I guess, Leute, ich bin fürs Trampen, was sagt ihr? Einfach weiter trampen. Wie gesagt, vom Taxi wurden wir gewarnt. Ja, mit Soul tut mir echt ein bisschen leid. Jetzt haben wir echt ein bisschen abgekackt. Musik runterkommen, 쏩니다. Musik Aber sch tickle Musik 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 Ball Musik 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 weed Musik Musik Ich muss ja raus aus diesem Land. Oh. Kann er uns beibringen, wie man vielleicht einen LKW knackt? Gerne. Ja, John ist stabil. Ein stabiler, also... John sieht stabil aus. Papa Bear, got your ears on? Over. Ooh, that's Mama Bear, youngblood. We got a CB-type thing going on. I've never actually met her, but... Oh. I think I'm in love. I wanna ask her out. But I've been out of the game too long. Can you help? Klar. Thanks, kid. Alright. I'm going in. Alright, John. Wir machen das. Hi, beautiful. How's my CB-crush doing today? Beautiful? Haha. Well, if you say so. I'm alright. But my boss is writing me about this illegal transmitter. Beats me, kid. Guess the brigade's got a secret radio station? Honestly? I'm starting to think a ghost is moving it. Speaking of transporting, what are you hauling today, Papa? Something just as intriguing. Pineapples. Youngblood, it's going well. I'm going to ask her out. Any advice? Ähm, es könnte wirklich die Mutter von Alex sein. Das klingt ehrlich so, ne? Sei du selbst. Mama Bear? Aren't you getting tired of talking like this? Oh, you... You don't want to talk anymore, Papa? No, no. What I mean is, we should meet in person. Oh, thanks, kid. Look, we got a nice CB thing going on. But I got to meet you, Mama. Oh, I don't know, Papa Bear. What we have is nice. But maybe it is time we met. Oh? You're not messing with me, are you? No. Name the time and place. I'll be there. Woohoo! Yeah! Easy. Um... Ah, road pilots, young blood. Get in the back. You know how to handle a nail gun? These old lives think they're going to get my pineapples. Ha! Can't legally carry a gun, so you'll have to shoot them with nails. What the? Oh, that? That's, uh, nothing. Shoot the lock to open the doors. Take them down, young blood! You think of a time and place? Yeah, I don't know if they're going to die. Young blood! Think Mama Bear likes seafood? Papa Bear? I'm here, darling. You like gumbo? Damn! They're back! Show them my mercy! What road are you on, Papa Bear? We got a call. There's a shootout on Route 220. Oh? Oh, really? Get them off, Buck Easter, young blood! Der letzte Reifen fehlt. Ja, 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 ja. Digger, einfach 100 Schüsse. Ja, gar kein Ding. Ja, muss ich auch sagen. Ja, Leute, easy. Ich glaube, man hätte das wirklich verkacken können, dass er kein Date hat, ne? Zahnarzt, danke dir. Musst du unter der Plane schauen. Hätte ich echt machen können. Aber vielleicht gar nicht verkehrt. Ich finde es aber auch krass gemacht, dass es jetzt nicht zu lange dauert, das alles zu wiederholen. Wisst ihr, was ich meine? Die Level sind knackig. Jetzt ergibt es auch langsam Sinn, weswegen wir halt Geld übrig gelassen haben für andere vielleicht. Wisst ihr noch? Hier sind halt 20 Dollar, aber ich meine, sollten wir die nehmen? Ah, oha. Junge, musst du erst mal hier checken. An die Person, die etwas Geld hier gelassen hat. Ich habe Gerüchte über diesen Felsen gehört, aber ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich stimmt. Wie auch immer, ich weiß nicht, wer du bist, ob oder ob du ein Grenzüberquerer bist, wie ich bist. Aber vielen Dank. Das meine ich vom Herzen. Krass. Boah, wir brauchen halt wahrscheinlich Geld für die Grenze. Real Talk? Ja, wir brauchen noch Essen und so. Wir haben eigentlich, wir haben zu wenig. Ich finde das jetzt auch vom Pace so angenehm. Bro, Real Talk, we have to. I don't know why. Aber es fühlt sich besser an. Wisst ihr, also es hat jetzt auch rein theoretisch so viel schneller alles, also so lange wieder dauern können. Aber so ist es besser. Boah, das finde ich auch interessant. Schlösser knacken. Den Skill will ich unbedingt auch hinbekommen. Dann müssen wir jetzt Zen und Mitch. Fanny hat das vergessen. Oh. Sehr cool. Also die zwei Sachen, die wir bis jetzt haben, sind eigentlich so die Waxen von allen, oder? Sorry für die Überbrechung. Nee, aber ich hatte wirklich Angst davor, dass es ewig lange dauern wird, wenn man jetzt die Route nochmal spielen soll. Und so. Aber dass das jetzt halt so zügig vorangeht. Cool. Cool. Tja, wir haben, wenn wir wieder schmuggeln sollten bei einem LKW-Fahrer, hätten wir auf jeden Fall zu wenig Geld. So viel sei gesagt. Egal, ich kann nicht, ich kann nicht jedem mein Geld geben, ne? Das Krasse ist halt, ist das jetzt eigentlich... Okay, nee, das ist ja alles danach, aber als ob ich das immer noch im Fernsehen mache. Cthulary, danke dir. Tja, ich bin jetzt auf jeden Fall, nicht mehr. Ich habe mich, dass ich mich auf den Weg verabschieden, wenn wir nur die Räume nehmen wollen. Natürlich, ich habe ihn aus dem Weg gebracht. Ich habe ein paar hier auch gesehen. Aber die realen Prötest hier wird auf der Reise gehen. Kid, du musst du mehr Begräufer darstellen. Es gibt die Gäuern, die hier nicht mehr als uns verabschieden. Wir können dir, was wir betrachten? Okay. Ich glaube, dass das wichtig ist. So, diesen Weg, den werde ich nicht gehen, Bro. Das traue ich mich nicht. Ich glaube, wenn ich ein Missing Team bin, dann sollte ich mich jetzt nicht zu sehr bei der Polizei melden, oder? Kein Schlepper da? Naja, wir haben deswegen aber gar keine andere Wahl. Ich glaube, Leute, weil man wird ja auch irgendwie dazu forciert, auch andere Wege zu gehen. Ich würde jetzt wirklich den Tunnel in Erwägung ziehen. Also ich glaube, für den Tunnel ist das sehr wichtig, dass wir full life sind. Warte mal, ich kann sie so beeinflussen, dass sie mir auf jeden Fall helfen muss. Ich meine, ich habe ja kein Geld. Oh mein Gott, ich hätte nicht mehr Geld. Digga, stell dir mal vor. Ich habe kein Geld. Sorry, bro, bro, bro. Ciao, ciao. Hauptsache, alles Feuer verschenkt, aber dann einen so vor der Grenze halt, ne? Hallo? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Oh mein fucking Gott. Nächstes Mal einfach Tunnel. Wir lernen daraus nicht überall unser Geld liegen lassen. Ja, wir hätten so oder so nur 65 gehabt. Tschüss. Tschüss. Wie kann ich klettern? Hä, wie hätte ich denn klettern können? Ich konnte nicht klettern. Es waren 91%. Ich habe dort gedrückt, aber ich habe ja nicht mehr gesehen, ob es Erfolg oder nicht war. Habt ihr gesehen, ob es ein Ja oder Nein war? Bro, wir sind das erste Mal gestorben. Oh, ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gestorben habe, ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gestorben habe. Alright, nächste Charakter. Episode 3. Episode 3. Oh mein Gott. Das ist John. Ein großes Netzwerk von smugglerinnen, die die Teenen Cross haben, hat vorhin die Sicherheitskräfte gesammelt. Vielen Dank für unsere Lande sicher, Border Forces. Jetzt fangen wir ein Moment an die Nächste Kandidaten an die Nächste Kandidaten an. Sie sehen, Tyrak ist noch die Nächste Kandidaten. In ein Nutschell, Votung für Flores equals Votung für Violence. Nicht Votung für Violence. Votung für Tyrak. Wie Sie wissen, die Sonja Show ist sehr interessiert von unseren Jugendlichen, die immer mysteriösslich verliehen. Wir sehen uns heute die Missing Teen Report. Boah, Alter, krass. Wir hätten unter die Plane gucken müssen, da hätten wir gewusst, dass John dieses Ding hat. Ja, wir nehmen den mit 2 Dollar und der meisten Energie. Ja, wie gesagt, Leute. Wie gesagt, dass jetzt jemand gestorben ist, ist halt super scheiße. Aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn wir teilweise auch nicht alles perfekt läuft. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir so viele Leute hinbekommen, wie möglich. Dass wir irgendwie einfach das Spiel spielen. Welches Ding da, worüber sie gerade berichtet hat. Yo. Bro. Und das ist immer wieder krass, dass man andere Verläufe sieht. Oh. 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 Du solltest einen anderen Robin-Partner finden. Ja, vielleicht sollte ich es. Ja, Mann. Wie dieser Kind. Okay. Okay. Tag den Kind. Er ist sicherlich ein Kriminell. Hör auf, hör auf. Bevor wir das beste Robin-Duo zu Ende haben, lass uns einen tiefen Wundern nehmen. Ja, wir sollten nicht in das. Das ist groß. Ich weiß. Lass uns das Radio aufbauen. Das hilft, uns zu vergessen, über den Lundermatt. Fertig! Du hast es gehört, Mitch. Es ist auf die Radio auf, Nub-Nuts. Ein Lundermatt. Real sind ein bisschen mehr Zeit vorläufgen. Ah, suhend! Die Arbeiter sagen, die zwei Arbeiter, ebenso wie sie beim S&M – für alle waren aus interactuellen. durch das ganze Zeit. Während der Schlangen nur mit 32 $ in der Kurze und Sie sind zu dem Ar глазverletz. Und sehr gefährlich. Wenn Sie sie sehen, bitte heilige die Polizei. Wir riefen. Die sind ja voll into Sonja, ne? Ihr habt keine andere Wahl. Alright. Ich will diese Fähigkeit haben, ne? Amine, wir können es machen. Digga. Was soll ich sagen? Ein Waschsalon. Ja, also auf deren Logik sagen sie ja ein Waschsalon, oder? Oh mein Gott, wie... Wenn es dunkel ist, wenn es neblig ist, früh am Morgen. Ich meine, sie haben es jetzt... Also, es ist ja Tag gerade. Ich mache am Morgen. Ich muss es irgendwie auf eine andere Logik beantworten, wie sie. Digga. Na, weil es zwei Idioten sind. Hubschrauber, ein Motorrad, ein superschönes Auto. Boah, Leute, das ist... Ich habe Real Talk keine Ahnung. Ich mache eh alles falsch gerade. Ich denke die ganze Zeit so auf Idioten. Hubschrauber. Bro, es könnte alles sein. Die fahren selbst ein Motorrad. Wir haben damals das Motorrad gesehen. Aber ist das dann halt... Oh mein fucking... Motorrad ist wendig. Mach random. Mann, Bro, ich ärgere mich so, dass wir das verkackt haben. Wir nehmen die zwei. Wir nehmen das Motorrad. Oh mein... Hätte man das schaffen können? Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Du hättest halt nicht das nehmen dürfen, was sie genommen hätten. Ja, alright. Scheiß drauf. Fuck. Fuck. Ja, maybe hätten wir... Direkt gambeln sollen. Yo, Alex. Ja, wie gesagt, also ich will halt diese neue... Also ich will diese Fähigkeiten lernen, aber das haben wir jetzt gerade halt noch verkackt. Aber Alex hat auch krasse Fähigkeiten. Ja, mal wieder ein Tape. Eine rostige Dose. Rostige Dose. Oh. 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 Busy. Tschüss! Okay, promise. Don't hang up. Home slice. Press the button again. Too late. He's gone. Oh. Mr. Yu basically hung up on me. He had to broadcast a message. For kids like you, actually. You're heading to row 96, right? Mr. Yu's show helps kids get there and cross the border. I'm looking for info on my bio parents. They died when I was young, in the attack in 86. But I haven't come up with much. Thanks. My mom, I mean my adoptive mom, said I might not find out anything. But I didn't believe her. She's at home. Or on the road doing her job. Nicht mehr Ex-Mom, true. Come on. Let's wait out the rain in the booth. Alex, lass den Kopf nicht so hängen, Großer. I... I don't know. Yeah. Well, I guess you're right. Yeah. Precinct 22. Officer Fanny. Hello? Alex? Is that you? Yeah. Fanny is your mother. Is everything okay? What do I say? Also, wissen wir auch, dass John mit Fanny... Ah, alles klar. Everything's fine. I just wanted to check in. Are you getting enough to eat? You are, right? And you can come back whenever you want. You know that. Yeah. I'm getting enough to eat. Thanks. I... I hope you find what you're looking for. I miss you, Alex. And how are you? Oh, hang it in there. You know me. Look, I should go. Oh, already? I'll call again soon. I promise. I love you. Bye. Bye, baby. Come on. It's cramped in here. I feel better now. Thanks for encouraging me to call. They fight for what they believe in. I can respect that. People say they cause the peak to collapse. But I think that's BS. You? I don't know about all that. I smell conspiracy. I still have a few things to clean up around here. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want. You look hungry. Oh, and I can call you a taxi too. I hacked into Happy Taxi. Yeah, they have a lot of things. I can. And got some free ride vouchers. I take the bus. And good luck on your journey, man. I hope you reach 96. Yeah, we came not so ganz through to Alex. We ruf mal zuhause an. Hello? Is that you? Where are you? Mom and Dad are so worried. Oh. Well. You better make it. If you don't, I'm gonna be so mad at you. I know you will. Bro, das Taxi ist aber richtig... Nein, wir trampen. Real talk trampen. Wir nehmen kein Taxi. Vielleicht bringt dir die Taxi-Fähigkeit mit. Ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr on purpose versuchen, auf Kampf diese Fähigkeiten zu bekommen. Wir werden sie wenn mit der Zeit bekommen und wenn nicht, dann nicht. Oh mein. Warum bin ich jetzt in einem Taxi? Jared. Oh mein fucking... Bro, ich trampe? Warum bin ich im Taxi? Ja, ja. So where are we headed today with Happy Taxi? Digga. Teens can be so spontaneous. I don't like that. Now sit back and enjoy your ride with Happy Taxi. Okay. All that belong to the last customer. I'm sorry for the mess. Ja, ey. Gar kein Ding. Ähm. He left that behind too. Hm. Me too. Not a lot gets by you. I can tell. By the way. Everything I'm telling you is the truth. We're called Happy Taxi. But we could be called honest Taxi too. Joachim, danke dir. Maybe you have some questions about the road. I can help you with those. Hm. You could say I'm not a fan. Ja, zu radikal. Lola. Now sit back and stay seated. Enjoy your ride with Happy Taxi. Jo. Wir sagen erstmal nichts. I'm gonna turn the music up now. Ja, ja. Ist okay. Do you like Dinosaurs? Ja. Cool. Did you say something? Hm. Es war mein Magen. Oh. I see. Bleiben noch drin. Oh no. I think I have a flat tire. Better take a look. Sit tight. Ähm. Who's gonna kill me? Yeah. I don't wanna die. No. No, please. What did I say about disturbing the customer? Hupen. Hupen. Tür aufschließen. Now we have to ride around for a little while longer. Das Hupen wird nichts bringen. Wir haben die Tür aufgeschlossen, dass wir im Notfall raus können. Jederzeit. Das ist gut. Wir könnten auch abhauen. Ich bleib noch drin. Ich bleib noch drin. Im Notfall können wir abhauen. Wird er Zeugen leben lassen. Lass es uns herausfinden. Naja. Okay, das war echt dumm von mir. Yes. You might lose your life along the way. But for each person that falls, another rises up. The trick is to keep moving forward. Ähm. Ja, ich versuche halt teilweise Spielweisen irgendwie zu nehmen, die vielleicht ein wenig merkwürdig sind. Aber finde ich halt eigentlich, also ehrlich gesagt, man hat ja auch keine krasse Bindung zu den Charakteren, die man selber spielt. Deswegen bin ich auch irgendwie ein bisschen trocken, was das Sterben angeht, to be honest. Und ich sag euch ehrlich, ich hätte auch kein Problem, irgendwann das Ganze nochmal neu zu spielen. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Tode hintereinander. Am 9. September ist der Wahltag. We will see. Du wurdest gerade innerhalb einer Story zweimal umgebracht. Und du verstehst das Spiel, glaube ich, noch nicht. Ja. 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 Ja Leute, das ist alles Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man mehrmals spielen kann Ja, wir nehmen rechts 12 Dollar stabil eigentlich Energie 4 Ja, Tyrek hat ein bisschen verloren, aber da muss noch mehr gehen Aber krass, was es für verschiedene Wege gibt Man kann das Game Safe Call mehrmals spielen, ja man Das ist ja auch das Geile Oh Die verhaftete Zoe, jetzt sehen wir sie wieder Mann, das wäre so krass, wenn wir schon die anderen Skills, wenn wir die drauf hätten Ja, Gas abzapfen wäre halt auch krass, weil wir ihnen dann Weil sie dann halt auch nicht verfolgen könnten Ja, wie gesagt Ich hätte vielleicht viel früher schon abhauen müssen Aber ich habe wirklich gedacht Man könnte halt irgendwas anderes herauskitzeln aus Jared noch Telefonkastenschüssel Okay, wir könnten halt wirklich Benzin abzapfen, ne Das könnte interessant werden Okay, wir könnten den Strom kappen Feuer anzünden wäre auch eine Möglichkeit, um sie abzulenken Dann bräuchten wir noch ein Feuerzeug Wir würden halt sozusagen Feuerbenzin von den Kollegen abzapfen Ah, okay Wir könnten auch Benzin kaufen Und damit das Feuer entfachen Das ginge auch Feuerzeug können wir auch safe kaufen, oder? Bro, wie hässlich sieht das hier aus Nichts Oh mein Gott, John Der hat den Radiotransmitter dabei Es hat die Frage Bro, das würde so auffallen, hä? Ich glaube, wir haben eigentlich die Möglichkeit, abzuzapfen, ohne dass es auffällt Damit kommen sie dann auch erstmal nicht weg Haben Geld gespart Alright, eigentlich relativ simpel Und das sollte nichts schief gehen, oder? Okay, ich kann nichts mehr machen Oh-oh Oh-oh Digga Facken wir jetzt den nächsten Charakter ab Ja, Mann Puh Wenn ich aufhabe, bin ich tot Ach so, na dann Schlafen wir erstmal Das ist eine gute Idee Yo Oh-oh 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 They're going But they'll be back John Aber Bro Die Brigade ist doch eigentlich was negativ Also die Brigade ist doch von Tile Rock Als ob John so ein Ne, andersrum Ach so, ja, ne, Moment Yo Alright Ja Haha, hättest du, oder? Alright Alright, Zoe No No problem Er hätte mich aber schon noch ein bisschen mitnehmen können, to be honest Alright, wir sind nicht gestorben Und wir wissen, dass Zoe von der Polizei befreit wurde Sehr gut Alright Wir haben etwas nicht komplett abgefuckt Aber uns geht's gar nicht gut Fanny? Oh, Fanny hat einen Platten Das war die Brigade Ja, sie war aber eingesperrt von der Polizei Bro, wie weit soll ich denn bitte laufen? Hättest du Stromas kaputt gemacht, hätte die Brigade die Funksprüche nicht gehört Oh mein Gott Dann richtig gut, dass wir das gemacht haben Aber woher sollst du das halt riechen, ne? Also Hallo Ja, ja Wupp Wir müssen erst mal Wir müssen erst mal auswuchten Jo, ich mach das mal Jo, ich mach das mal auswuchten Alex Hätt auch Überdruck machen können Kiro, danke für 59 Monate Oh Na ja Ich zeig dir, wo die nächste Telefonzelle ist Ich mach das mal auswuchten Ja Easy Alex Wir kennen das Geheimnis Sie sagts von alleine Sie sagts von alleine Ich bin ein polis Ich bin polis Ich bin polis Ich glaube, ich bin polis Ich glaube, ich glaube, die konspiratien Ich war die Sicherheit Das nächste Mal wusste ich, die Räume fallen auf der Kirche. Es war schrecklich. Du hast keine Ahnung, die Kräste, alles war so schrecklich. Bei einem Moment, ich schaute, und da war mein Sonn, silent, verletzt in Schraub, auf mich. Vielleicht sollte ich nicht, aber ich... Ich holte ihn und bringe ihn mit mir zurück. Ich musste nur sicher sein, dass er sicher sein wird. Ich musste. Das krasse ist, ich habe am Anfang, als wir das erste Mal mit Alex geredet haben, in der ersten PUV, habe ich gesagt, zu der Story gehören immer zwei Perspektiven, ohne überhaupt zu wissen. Also, dass es so in der Geschichte immer zwei Seiten gibt. Und es ist einfach so krass, dass ich... Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, worum es im Spiel geht. Und das habe ich einfach direkt... Ich schaute in den Büchern für Monate nach. Ich schaute die Missing Children reports jeden Tag. Es gab nichts. Es ist nicht ungewöhnlich für die Kräste, die mit der Familie zusammenhängen. Ich mache. Was ist da? Was ist da? Ich glaube, dass ich all das behaupte. Ich habe die Wahrheit von meinem Baby. Danke, Kind. Ich freue mich, dass du das sagst. Ich mache das. Ich mache das. Central für Unit 2. Hast du das? Over. Ich sollte zurückkommen. Schau, Kind. Ich weiß nicht, was du hier drauf bist. Just promise mir etwas. Turn around and go home. Okay? Deine Eltern missen dich. Ja, weiß ich ja jetzt gar nicht. Ja, moin. Ey, Bro. Lass mich ruhig stehen. Nächstes Mal, ich wechsle dir gerne den Reifen. Alles easy. Okay. Voll entspannt. Geh nach Hause. Aber so halt real talk. Also wäre das nicht jetzt eigentlich auch ihre Aufgabe, mich jetzt irgendwo einfach abzusetzen? Ja, okay. Keine Ahnung. Wir müssen halt trampen. Aber am Ende verstehe ich bis heute immer noch nicht, ne? Trampen oder laufen? Wir haben nur drei Leben. Wir müssen trampen. Aber gleich sitze ich wieder in einem Taxi. Verstehe ich bis heute nicht, warum ich beim Trampen auf einmal dann im Taxi sitze. Aber gleich sitze ich wieder bei Jared. Ja, moin. Es kommt keiner. Ich habe keine andere Wahl als zu laufen mit drei Leben. Geil. Jetzt hat Fanny bei 34 Prozent. Wir haben eigentlich voll viel rausgefunden. Ja, moin. Wir haben einen Dollar. Bro, wir müssen jetzt halt, weiß ich nicht, wie wir das jetzt hinbekommen wollen. Alright. Ja, aber... Ach, dick. Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Woah, don't be such a hater. I don't know if you noticed, but a lot of people don't have jobs. Despite what Tyrex economic reports say. Bro, ein Rubbel los kostet vier Dollar. Ich habe gerade ein bisschen Hoffnung, irgendwo mal einen Dollar zu finden. Hat jemand hier was zum Beißen? 73 Prozent. Come on. Danke. Alright. Jetzt können wir uns einen los kaufen. Boah, Alex. Lass uns bitte um irgendwas krasses spielen. Alright. Leute, ich muss gewinnen. Ist das das most beautiful thing you've ever seen? Das Ding ist halt, maybe kriegen wir seine Fähigkeit so dadurch. Und Hacking wäre echt krass. Let's go. Ich habe einfach eine Rechte, hat meine Maus. Ich weiß gar nicht warum. Boah. Okay, okay. Nilan, danke dir. Let's go. Wichtig. Ja, Bro, jetzt hätte ich ihn gewinnen lassen müssen, so weißt du. Boah. Ja, der Typ ist btw gestorben. Ich weiß, dass er halt ein Tyrek Atze ist. No doubt. No doubt. I just had an idea. Time to take what's mine. Come on. Deswegen sollte ich jetzt nicht so allzu sehr Floris pushen. Bro, aber bevor wir irgendwas machen, kannst du mir vielleicht irgendwie nen Burger kaufen oder so? Ich bin fast am sterben. Naja, klar. Kann ich ja draußen mal dem Typen was kaufen. Ich weiß, Tyrek und die Regierung sind responsabil. Somehow. Er ist kein Tyrek Atze. Oh. I thought. Und er hat doch auch letztens acht geschlossen. Oh. Niemals. Oh mein Gott. Muy importante. Infinity Money Glitch. Wichtig. Ich würde sagen, voll healen, oder? Oh. Thanks. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich bei dem Idiot, also bei dem Atzen hier draußen noch was kaufe. Also einfach nur, um wirklich full full zu sein. später war zu bet. There is a room in the back where they keep their cash. I should be able to hack in. Exactly. Homegirl. Kommen. uhm. Yo. This Digi code is from the age of the dinosaurs. ähh man. Boom. Check the drawers, and the safe too. Brigadenansta- Aufhandwürfe anstangen. Alles sollte darauf hin, dass die schwarze Brigaden seine leiblichen Eltern waren dafür verantwortlich. Der weiße LKW, der den Einschuss verursacht hatte, gehörte Conny Samford. Das ist doch die ehemalige Geliebte von John. Oder? Conny war doch Dings. Die Nation auf dem Weg der Heilung. Drei Monate nach dem Feigenanschlag... Weil John ist ja auch in der Brigade. Hä? Irgendwas ist da auch. Drei Monate nach dem Feigenanschlag erholt sich die Nation langsam wieder. Neben der Wiederherstellung der Mauer hat Tyrek auch die Sicherheit an der ganzen Verstattung und hat versprochen, dass... Es ist okay. Oh, let's go! Wir sind ein Hacker geworden. Bro. Oh oh. Das Ding ist, es könnte sein, dass John sein Vater ist. ig. Al. Hast du in der dritte Karte gesehen? Alle sehe, als ob jemand hier zurückgekommen. Ja, wird das fest. Sag mal einen Moment. Schade. Es ist in Ordnung. Oke, lasse ich zur Selle. Ja. Oh mein Gott, was? 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 Okay. I mean, Idioter. Dicke. Er hat die Hälfte des Geldes genommen. Er ist mir doch egal, Bro. Wir haben das Geld mit Dings geteilt. Mit Alex. Bro, big points. Wir können hacken. Wir haben mit Alex Hälfte Hälfte gemacht. Wahrscheinlich. A passenger. Oh. 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 Danke, dass du zuhörst, junger Bruder. Herr Grizzly hat sich zerbrochen. Das ist nur das, was ich meine Riga nenne. Ich muss einen Telefon finden, um einen Telefon zu machen. Ich habe hier dieses Bild. Siehst du einen kleinen Truck? Das ist, wo wir jetzt sind. Hier, ne? Okay, hier könnte man telefonieren und dort. Weil dann würde ich einfach Norden fahren. Aber dann kommen wir näher an die Grenze. I mean, fuck it, oder? Ich meine, wir müssen mal weiterdenken. Das ist zwar die kürzeste Strecke, aber wir könnten reintrittlich auch noch andere Spots anfahren. Ich würde sagen, so ist eigentlich ganz cool. So nehmen wir alles mit. Naja, kleiner Roadtrip. Aber vielleicht sollte man nicht mit einem gesuchten Mann so lange unterwegs sein. Wobei, sein Truck ist ja nicht dabei. Wir machen mal Dings an. Kann ich nicht. Ich kann die Kondizide nicht anmachen. Ne, doch, hier. Hm. Hä? Yo. Can you hear me? Robert. Can you hear me? Ach so, das war das Rätsel, dass wir... Goddammit. Hat überhaupt nicht, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Na, dann machen wir das mal. Eins, zwei, drei. Es geht nicht. Also man kommt nicht so schnell. Ja, wir müssen auf jeden Fall an der Tankstelle lang. Wir müssen erst schon... Muss Süden sein. Das ist das weiteste, wie ich hinbekomme. Also hinkriege. Nur Süden erstmal. Ja. Let's roll! We gotta find a phone. I don't like leaving my rig alone like that. The important cargo, youngblood. Very important. Yep, but... A lot of people are looking for my truck. Ah, I know. Another abandoned construction. Tyrak and his cronies should be locked up. Gut, jetzt... Bro, das Tanken... Das Zeichen ist nur zur Verwirrung da, ne? Na dann, let's go. Ja... Oh, block road! Just a huge tree covering the road. I'll make a note on the map. Degas... Oh, Robert? Yeah, we have a problem. The truck broke down. Yeah, right there. Yeah, the transmitter's alright. No, y'all. Right. Yeah. Yeah. Fine. I'll be there. Yeah, thanks. I did? I mean, no, I didn't. I know you heard some things, but it's best if you forget them. Now, let's get back to Mr. Grizz. Hopefully he's alright. Oh. Everything's here, youngblood. What a relief. All on this thing sure makes my life dangerous. Even got chased by banditos. My friends will be here soon. You should go, okay? Here's the dough I promised. 40 bucks. I hope you reach your destination. I wish you luck on this grand adventure of yours. Mein Geheimnis ist sicher. I mean, wir sind erstmal... Also, ja. Wir sind erstmal safe. Haben viel Cash. Uns geht's gut. Wir sind gehealt. Wir haben hacken gelernt. Bis jetzt ist die Tue eigentlich sehr solid. Oh mein Gott. Thieves in the Temple. So. Digga, Happy Taxi ist so... Freak. On. Was sagt ihr? Soll ich mich komplett hochheelen? Wir haben eh genug Geld. Stan. You there. Wanna be part of something big? A break in. Probably the best ever. Best ever? Where you think you're going? She's a witness Stan. Oh nein. Zeuge. Here we go. Here's what's gonna happen. You're gonna help us break into this here office. Understand? Okay. So Mitch is casing out the place. We need to be real quiet. Really? Now shut your trap. Here comes Mitch. Okay, okay. From what I can tell, place is empty. Because this place might have some important information. There's a psycho after Sonya. And we need to protect her. Yeah. Sweet Sonya is in danger. You could say that. He he. Yeah. He he he. Kip. You're going for the events here. Digga. Das ist einfach... Das ist einfach Steg und Heiko. You used my lucky lockpick to get in. It's lucky because I've never had to actually use it. Der Dietrich. Let's go. Okay. Let's do this. But uh... Maybe you'd like to ask us something first? Seems that way, don't it? Ride me. Hm. Determined little guy, aren't you? Now come here little lady. Oh. Er hat zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Go to the end and use the lockpick. Now park in front of the cameras and get ready. Bro, wir hätten einfach hier was essen können. Wie viel kriegt man? Fünfer. Digga, du kannst halt nur... Ist das wack. Fünfundvierzig. Das ist halt das, was Fanny gesehen hatte. Wisst ihr noch? You need to work on your patience. Kids, can you see us on the camera? Look around. See your layout of the office? Like we didn't already know that. Oh, oh no. Something's beeping. It's an alarm. Digga. Kid, stop the alarm. Make it stop. Cut the alarm, kid. W-what do we do, Stan? I don't know, but I can go back to print. Oh, thanks little lady. Why are you thanking her? She forgot to cut it. Stan, he's not an expert criminal like us. Mitch, help me with the door. Pick it up and that's cool. Hello, this is security. We're responding to an alert. Everything all right? Oh, here's all this normal. Mitch, can't you pick that lock any faster? What triggered the alarm? I see. That unfortunately happens a lot. Anyway, thank you for your explanation. Yup, gerne. Just a second, ma'am. I'll also need happy taxi security password. It's just protocol. What's happening, kid? I'm sorry. Did you say something? What do you expect us to do? We're robbers, not wizards. No, I can not. Yeah, whatever, kid. I'm waiting, ma'am. What is the password? Digga, can't you give me a tip? So, einfach bei Sicherheitskontrolle fragen. Hold on. There's a password here. Says A45 D2R CPP12. Maybe that's it. Thank you for your time. And take care. I got it, says. Finally. What took you so long? You know, I don't like to rush things. This is a break-in, Mitch. Look, the manager's office. Oh, man. The door has a code. Any idea? Uh, try 1234. Nope. 4-3-2-1? Nope. Well, I'm fresh out of ideas. Kid, you're in the security room. Code must be in there somewhere. Find it. Hold on. Try 9-9-9-9. Digger. We have also the auto-schuster. That's, I think, very important as a flight. What the heck? Kid, are you seeing this? Hold on. There's tape on the camera. There. We knew someone was obsessed with Sonya, but this is cray-cray. Oh, oh. 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 Mitch. Ein Taxifahrer. Seiko Cabby after her. You two. Stop. Close the door. Who was that guy? Looks like the security service sent an agent. Open this door immediately. Listen. You don't want any trouble. Give me the manager's office code. Don't give him the code, kid. We're close to finding where this creep is gonna attack. Digga, ey, wir können nicht schon wieder sterben, ne? Das Problem ist halt, man stirbt in dem Spiel echt sehr schnell. Alright, wir wissen viel. You've asked for it. You're screwed, kid. Let's get out of here. Sorry, little buddy. Open this door. Wir haben es geschafft. Und wir wissen den Auftakt, wir wissen den Ort, den Anschlag. Ja, jetzt trampen, dicker. Jetzt Taxi fahren, jetzt ein Taxi bestellen. Ja, das haben wir gut gemacht. Das haben wir sehr... Also wir sind generell bei dem Charakter gerade sehr gut dabei. Bro, wir haben viel Cash, wir haben alles. Digga, die Autos sind auch schrecklich aus, ne? Ich find die Mucke, by the way, echt gut. Und jetzt, listeners, ein sneak peek of today's Sonya Show. Surprising, it does appear, Flores has some supporters. Probably members of the Brigades. Tune in later, to hear more. Hm. Digga. Tschüss. Stop! I'm famous! Hola. Mhm. Mhm. You think about what you done. Oh, he's just in a temporary state of shock. Yo. Now come on, ain't got all day. I'm goddamn Sonya Sanchez. Ha, Adam. Wir wissen ja auch, dass Adam sehr auf sie steht. Boah, ich hab aber... Ich bin full. Ich weiß, dass du auch schreckst. Wie glaubst du, dass sie mich fühlen? Sie wollen, dass sie ein System gut für mich ist. Ich liebe sie überhaupt nicht. Diese Identität nicht in der Hölle, wenn sie gewinnen. Also, Lieber, wie viel du mein Show möchtest? Petrie ist der Nummer 1 Show. Das Show Sonja! Warte, warte, warte. Du bist nicht einer von ihnen, bist du? Eine Brigade, Stingbap. Der Terrorist-Gruppe hinter dem Angriff in 86? Hm, also, ja. Was? Oh, man. War das ein Ja, oder war das ein Nein? War das ein Ja, oder war das ein Nein? Digger. Digger. Full the 80s. Eoooooooh. Sorry, oder? Digger. Digger. Digger, wie sie da rausgefallen ist. Bro, sitzt sie auf dem Burger? Ich hab's geklaut. Ich hab's geklaut. Verständlich. Oh. Digger. Freedom. Oh. 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 Wir kriegen mehr raus. Oh. 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 Wir sind eh Rich. Ich glaub, ich hab mehr Geld dabei als sie aktuell. Bro, sie wird von einem Psychopath. Aber egal. Sie so... Ja, egal. Er möchte es ja an dieser eine Stelle machen, wo ihm auch dieses schlimme Unglück war, oder whatever. Aber wir haben viel über Sonja nicht rausgefunden. Oh, es ist jetzt offen. Das war letztes Mal zu. Bro, freaking Jared hat uns einfach gekillt. Ich habe Jared irgendwie nicht so krass ernst genommen, während er hinter mir jemanden einfach getötet hat. Niemals. Bro, wenn ich jetzt gestorben bin. Ja, wenn ich glaube, ich an alles. Bro, ich hätte es wirklich geglaubt. Wenn man bei der W recurse Sprinte, dann verliert man einfach ein Dings. Also mit dem Geld können wir uns auf jeden Fall mit dieser Schmugglerin eigentlich durchziehen, ne? No joke, diesmal Tunnel hacken. Ja, komm man, Swanny. Es ist schon mittlerweile Tradition, dass wir das machen. Schmugglerin wurde doch geschnappt, bro. Schmugglerin, die ist nach Hause gegangen, bevor ich irgendwas machen könnte. Es kam im Fernsehen, dass die gestorben ist? Was bringt das Geld da lassen? Weiß ich nicht. Okay, wir kaufen nichts beim Schwein. Irgendwie ein nice bird. Ja, lass dir schmecken. Ja, klar. Wir gehen, dann danke dir. Alles gut, ja. Gibt's maybe neue Wege? Ich meine, John hatte uns beim letzten Run zum Beispiel, also ich glaube, immer das, was dir empfohlen wird, das musst du auch irgendwie echt in Betracht ziehen. Das letzte Mal hat er halt John gesagt, yo. No. Boah, ist das, ist das the way with the mountain? Es ist jetzt nur noch Tunnel übrig und der Mountain. Was ist doch da, hä? It's time, meine Damen und Herren. It's freaking time. Wir hacken uns in den Berg. Bro, das Problem ist, man weiß einfach, man kann jederzeit hier sterben. Ich hab gar nicht gesehen, was da jetzt noch war. Oh, lord. Oh, lord. Kein Ding. Ich glaube, er wird uns bestimmt dann decken, was maybe ganz praktisch ist, I guess. Ich meine, wir sind full life am 103 Dollar. Was soll schon passieren? Was hat er ja gesagt? Rechts oder links? Ach, ja. Digger. Wir haben es geschafft mit ihm. Mit ihr. Digger, danke, dass sie es mit noch einem Charakter schaffen. Digger. 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 Digger.